Zunächst mal etwas komplexer erklärt, danach ihnen ganz einfach. Freie Radikale sind Sauerstoffmoleküle, die ein ungepaartes Elektron besitzen. Das macht sie unvollständig, weshalb sie auf der Suche nach Elektronen sind. Wählerisch sind sie dabei nicht. Um ihren instabilen Zustand wieder auszugleichen, entreißen sie anderen Molekülen die Elektronen. Wichtig, egal ob Körperzellen, Fettsäuren oder einem Virus. Das löst eine Kettenreaktion aus. Denn das angegriffene Molekül wird dann genauso zu einem freien Radikal. Dann geht das Spiel von vorne los. Und jetzt in ganz einfach. Die äußere Schale eines Atoms ist dann stabil, wenn sich dort eine gerade Zahl an Elektronen befindet. Klar, immer als Pärchen tanzen die verliebten Elektronen um den Atomkern herum. Ein freies Radikal ist ein aggressiver Single, der auf Teufel komm raus tanzen möchte. Er reißt einen Partner aus dem Tanz heraus, tanzt dann mit ihm und ist glücklich. Jetzt ist aber der Stehengelassene sauer oder traurig und versucht, andere Partnerschaften zu lösen, um eben auch wieder glücklich und zufrieden tanzen zu können. Merke dir, so kommt da Unruhe rein. Wenn wir da nicht die Antioxidantien hätten. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Bestimmte Mengen dieser freien Radikale sind absolut natürlich und können auch dabei helfen, durch ihre Aggression Viren, Bakterien und oder Parasiten zu bekämpfen. Unser Immunsystem stellt sie deshalb auch selbst her und nutzt sie als Waffe gegen die. Die Eindringlinge haben einen erheblich labileren Aufbau als eine schon alleine im Größenverhältnis dramatisch größere Körperzelle. Bis unsere Zellen im Vergleich zu den schädlichen Eindringlingen ernsthaft beschädigt sind und die Autophagie, der Selbstheilungsprozess, durch freie Radikale entstandenen Schäden nicht mehr reparieren kann, muss einiges an aggressiven Singles auf diese Zelle einwirken. Und dann gibt es auch noch die Antioxidantien, die unseren Zellen vor zu großer Zerstörung schützen. Antioxidantien sind, mal vereinfacht erklärt, friedliche Singles, die radikal-aggressiven Singles zum Tanz auffordern, bevor die in eine glückliche Bindung eingreifen. Werden die also schon vor dem An- bzw. Eingreifen in die Zelle von Antioxidantien-Singles weggeschnappt, dann ist es Ruhe im Karton. Das schützt die Zelle vor zu viel oxidativem Stress. Genau das ist wichtig, denn zu viel oxidativer Stress durch zu viele Freiradikale und zu wenige Antioxidantien können für verheerende Schäden an den Zellen sorgen, die dann ihrer jeweiligen Aufgabe nicht mehr mit voller Kraft nachkommen kann. Resultat? Alzheimer, Demenz, Parkinson, Diabetes Typ 2, Krebs- und Herz-Kreislauf-Verkrankungen, Infektionskrankheiten bzw. eine geschwächte Immunantwort und auch angeschlagene Mitochondrien, die Zellkraftwerke, die für die komplette Energieversorgung deines Körpers verantwortlich sind. Wenn die Energiegewinnung gestört ist, funktioniert nichts mehr, wie es eigentlich soll. Das ist die Grundlage für Krankheit. Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralien sind sehr effektive Antioxidantien, insbesondere das Vitamin B2, Vitamin C und Vitamin E. Zudem Zink, Kupfer und Mangan. Sekundäre Pflanzenstoffe wirken auch zellschützend. Musst jetzt nicht alles auswendig lernen. Wer sich auf der einen Seite grundlegend gesund ernährt und auf der anderen Seite den Zellstress reduziert, ist gesundheitlich ganz weit vorne dabei. 2. Radikalen Zellstress macht vor allem das Rauchen. Das ist eine brutale, freie Radikalbombe. Aber auch Dauerstress, Autoabgase in der Großstadt, Feinstaub, Alkohol und zu viel Zucker, weil da komplett vitalstofffrei ist. Und ja, es kann auch Sinn machen, gezielt Vitalstoffe einzusetzen. Zink spielt eine Schlüsselrolle in der Immunabwehr. Es ist wie eine Munition für Immunpolizisten, um Feinde gezielt zu beschießen. Wusstest du das? Heißt auch, weniger Zink, weniger Abwehrkraft. Vitamin C ist unter anderem wichtig, die Kollagenfasern zum Beispiel in der Haut zu stabilisieren. Wird aber Vitamin C durch freie Radikalstress stark verbraucht, schwächt genau das, das Bindegewebe der Haut. Dann leidet das Hautbild unter einem dauerhaften Vitamin C-Mangel, weil das kollagenstabilisierende Vitamin C für die Neutralisierung freier Radikale abkommandiert wird. Brauchst du jetzt unbedingt Nahrungsergänzungen? Nein, natürlich nicht. Wenn du dir auf der einen Seite durch einen schadstofffreieren Lebensstil viel weniger freie Radikale ins System holst, du auf der anderen Seite mehr antioxidantienreiche Lebensmittel isst, dann bist du nicht unbedingt auf Nahrungsergänzungen angewiesen, auch wenn es selbst hier einige Ausnahmen gibt. Besonders gesunde Lebensmittel diesbezüglich sind Brokkoli und Grünkohl, rote Paprika, wenn sie nicht mit Pestiziden versaut sind, dann Tomaten, Acerola-Kirschen, Blaubeeren, Cashewkerne, Paranüsse und Walnüsse. Ja, also alles, was du auch schon unter einer gesunden Ernährung irgendwo kennengelernt hast. Das ist keine Raketenwissenschaft. Die Frage ist, isst du das konsequent, regelmäßig? Sei ehrlich zu dir selbst. Falls du dir selbst gegenüber skeptisch bist, ob das wirklich genug ist, es gibt noch eine Antioxidantien-Geheimwaffe, OPC. Sehr viel davon steckt in Traubenkernen. Und das kann eine ganze Menge Freiradikale unschädlich machen. Als Prophylaxe durchaus sehr sinnvoll. Natürlich nur dann, wenn es ein gutes Produkt ist. Ich vertraue da VitaMoment. Wenn du magst, klick mal auf den Link in der Videobeschreibung hier unten. Okay, zum Schluss nochmal die grundlegenden Tipps. Nahrungsergänzungsfrei. Je weniger du sie regelmäßig umsetzt, desto mehr Sinn macht aber eine hochwertige Ergänzung. Das bleibt dann deine Entscheidung. Isst dir auch deine Gesundheit. Jeden Tag bestenfalls mehrmals Obst, insbesondere Beeren, weil die sehr wenig Zucker haben. Und vor allem Gemüse, am besten mit gut gereinigter Schale, wegen der potenziellen Pestizidbelastung. Dann kaufe regional und saisonal, weil du damit im Schnitt deutlich mehr Antioxidantien durch kürzere Lieferwege abbekommst. Dann nutze eine schonende Zubehaltung, weil Hitze einiges an Antioxidantien zerstört bzw. unbrauchbar macht. Vierter Punkt, wenn Getreide, dann Vollkorn. Da steckt im Vergleich zur Weißmehl-Variante immerhin noch etwas mehr an Vitalstoffen drin. Und wenn du Schokolade magst, achte auf einen Kakao-Anteil von mindestens 70% aufwärts. Je mehr, desto reicher an Antioxidantien. Zum Schluss, je mehr Schadstoffe du raushältst, desto weniger von den eben genannten Produkten reichen, um ein gutes Schutzschild gegen diese aggressiven Singles aufzubauen. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.